So, da sind wir wieder bei Let's Play Detektivus Itos. Und ich habe herausgefunden, nein, nicht wo es weitergeht genau, aber ich habe mal im Forum oder was dazu gefunden. Und da stand, dass das ein Bug ist. Man muss hier lang. Aber wo finde ich den Weg hier durch? Ich muss irgendwie an den Wölfen vorbei. Irgendwie an den Wölfen vorbei. Ah, hier oben. Nein. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass es hier irgendwo lang geht. Genau wie die anderen Bugs, die ich hatte, die wurden mir auch schon aufgezählt. Oder die steht ja auch, sagen wir es mal so. Da hinten ist nur das Wildschwein. Das ich eh nicht besiegen kann. Ah, da ist eine Schlange. Gegen die Kämpfer jetzt auch. BANG! Mal gucken, wie viel es sind. Es sind zwei. Und... BAM! Und... BAM! Ah, wie viel hat sie noch? BANG! 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 Und... Es geht bestimmt hier weiter, oder? Jey... Ich spreche hier einfach mal. Obwohl, hier komme ich auch zu diesem Wildsch... Zu einem Wildschwein. Oder dem Wildschwein? Nee. Weil die schaffe ich noch nicht. Die Wildschweine. Die sind... zu stark. Die Wildschwein ist auch nicht weit da. Wo? Achso, äh... So lange. Ein Wolf, ich muss an ihm vorbeikommen. Weiter rechts könnte ich vielleicht etwas zwischen die Bäume werfen. Das wäre ungefährlicher. Ja, wie werfe ich was? Oh, na, guck. Ja. schade dass ich die wildschweine nicht besiegen kann bis jetzt so viele räuber für mich aus der kürze also jeden und dann berichtet ihr mir davon aber großer wir wollen den ganzen weit nach fremden absuchen es ist zu spät er darf nicht sehen ich mach gar keinen schaden bei denen ja so wird das ja 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 Das ist einfach so easy. Uhhh. So, wir werden das nicht mehr tun. ich mache keinen schaden ich habe keine Runde Ich habe einen Moment, was ich mir nicht verletze, was ich nicht verletze, was ich nicht verletze, was ich nicht verletze. Na, das stimmt mir überhaupt nicht. Ja... Hm... Der Wildschweine schaffe ich aber auch nicht. Ah, ne, hier sind die Räuber. Hm... Wie soll ich denn das schaffen? Ich muss Wildschweine irgendwie besiegen. Es bleibt mir einfach nichts anderes über. Ich kann den Wildschweine auch nicht besiegen. Ich muss die Wildschweine nicht ersparen, ich kann einen Wildschwein einfach schicken. Ich kann einen Wildschweine einfach stapeln. Und ich kann nichts anderes verwenden, Ah, das ist mir total Ah, das ist mir total BAM Bamz... 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 Yes! So, jetzt mal gucken. Ähm... Status im Moment... Ah! Ähm... Ich bringe einfach mal alles auf Stufe 2, wenn es geht. Aber erst mal stärker. Weil das könnte es vielleicht bringen. Ich weiß nur nicht, was Moral umzubringen, aber wir haben ja noch ein paar Wildschwein hier. Da ist eins. B... Na 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 Ha, jetzt hab ich's wieder da Stärke sollte danach auch steigen Alles mit Stärke hab ich noch nicht verstanden. Moral, Stärke minus Das sieht irgendwie nicht gut aus, aber mal gucken was das jetzt hier Ach, daneben Und noch einmal Yes Aufstufung, yeah So, das haben wir jetzt auch auf Stufe 2 Dann holen wir mal in die Defensive hoch Schade, dass man nicht mehrere gleichzeitig ausfählen kann Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein Wildschwein war Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein Wildschwein war Hm, hm Oh, Schlange Okay, das kann jetzt passieren Wow Jetzt hab ich aber ordentlich Stärke Hey! Down Er hat eine Aufstufung erhalten, oder? Nein. Äh, mein Gott, ist der Wald riesig. Ah, jetzt hab ich den auch wieder gefunden. Ähm, mal gucken, Aufstufung. Irgendwas, was 14 braucht, oder so. Äh, Technik hab ich noch nicht hochgemacht, deswegen... Da, Technik. So. Jetzt kann ich auch mit der Forst ein bisschen mehr Schaden machen, haha. Jetzt hat er seine letzte Schnittlein geschlafen. Autsch. Und... BAMS! Was haben wir hier oben? Gar nichts. Speichern. So, mal gucken, ob man irgendwo noch was ist. Weil der Wald ist ja nicht klein. Ach, aber erstmal umstellen auf. Aufstufung. Aufstufung. Äh... Weiß ich nicht. Defensiv wird es bringen, oder maximale Technik. Ich... Status 8. Technik hochbringen bringt ja gar nichts. Was... Wunder. Hm. Hm. Maximale Stärke. Hm. Defensiv muss ich noch hochkriegen Äh Ach, da ist mich einmal im Kreis gelaufen, aha Okay Irgendwo gibt's hier noch was, bestimmt Da Angriff Und Bäm 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 maximale technik ja das wird erst mal am meisten weniger wenn sie noch ein ding es gibt heißt es aber es sieht nicht so aus also noch mal aufstufung beim nächsten mal stärker wieder oder haben wir hier oben noch was ich glaube nicht und hier geht es zu den räubern aber da geht es beim nächsten mal weiter denn hier speichere ich und bis zum nächsten mal ich bin kentier nachos